Bei dem heutigen Video zeige ich dir, wie du das RAW Bild in das hier Colorgraden kannst. Im Grunde genommen, wenn du ein Advanced Level Adobe Lightroom oder Photoshop User bist, solltest du schon merken, dass da jetzt nichts besonderes dran ist. Und es ist auch natürlich das Ziel des Videos hier, nicht extrem jetzt hier Color zu graden. Man möchte hier Colorgraden natürlich, die Belichtung anpassen, die Schatten anpassen, die Weiß- und Schwarzwerte anpassen und so weiter. Es kommt immer drauf an, was möchte dein Kunde eigentlich nicht haben, was ist die Stilrichtung. Bei diesem Bild habe ich einfach nur die Farben angepasst und meiner Meinung nach an den jeweiligen Stellschrauben ein paar Sachen verändert, um das Bild und das Paar hier etwas besser in Geltung zu bringen. Es ist eigentlich für das Auge ein angenehmes Bild. Es ist hier nicht zu viel Farben und Kontrast hinzufügt. Vielleicht könnte andere sagen, das ist mir etwas zu viel belichtet. Aber es ist immer eine Art des Geschmacks und Stils, sage ich mal. Und ich finde, das Bild drückt das eigentlich sehr, sehr gut aus, weil der Fokus hier beim Ehepaar ist. Also ich würde sagen, lange Rede und kein Sinn. Warum habe ich an den jeweiligen Stellen so reagiert und wie habe ich das Ganze gemacht? Also Freunde, als allererstes, was uns hier auffällt, ist, wir haben hier ein ziemlich bewilktes Bild. Die Belichtung ist eigentlich nicht ganz okay, aber das Bild ist so mit den Farben, mit der Belichtung eigentlich ziemlich eintönig und langweilig. Klar, der Fokus ist hier das Ehepaar, aber wir können hier noch einiges rausholen. Als allererstes würde ich gerne sagen, dass ich hier bei der Temperatur ein Stückchen Wärme haben wollen würde. Und zwar, der Standard ist hier bei 5700 Kelvin und wir machen das mal ein Stückchen Wärmer. Ich würde sagen ja so 5900, knapp 6000, das passt soweit. Und dann kann man hier auf das Augensymbol klicken und hier den Vorher- und Nachher-Vergleich sehen. Ein kleiner, minimaler Unterschied. Des Weiteren würde ich gerne das Bild ein wenig heller machen. Wir sehen hier oben die Schwarzwärze und hier die Weißwärze. Wenn jetzt meine Augen richtig sehen, haben wir noch etwas Luft, hier die Belichtung anzuheben, bevor wir hier klippen und ich würde es ein bisschen, jetzt klippen wir schon sogar fast. Das heißt, das passt soweit. Ganz, ganz minimal. Dann fangen wir jetzt schon an zu maskieren. Ich möchte erstmal hier mit dem Bräutigam arbeiten. Und wir sehen schon hier, sein Anzug ist schwarz. Und ja, das sind auch die normalen Schwarzwärze. Aber da geht einiges an Detail verloren. Das heißt, ich will hier eigentlich die Schatten wieder rausholen. Das heißt, wir gehen hier aufs Maskierenfeld. Und da sehen wir schon hier, wird direkt von Adobe Lightroom detected. Und dann sage ich hier unten Closest. Ich möchte nur hier bei diesem Color Grading in Lightroom erstmal nur seinen Anzug bearbeiten. Was mache ich da? Wir haben hier den Schatten. Das heißt, wir machen es mal nur vor. Also was passiert, wenn ich das zum Beispiel ganz nach links drehe? Da seht ihr, es ist extrem schwarz geworden. Warum? Weil wir die Schatten weiter dunkler gemacht haben. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt, wir haben sehr, sehr viel Schatten wieder weggenommen. Das ist natürlich viel zu viel. Das heißt, wir tasten uns mal langsam heran. Und ich würde mal sagen, dieser Wert 50 passt eigentlich nicht so weit. Wir sehen hier den Unterschied. Also 50, da sieht man sehr viele Details nochmal. Des Weiteren würde ich weiter runter gehen und ich möchte etwas mehr Textur hinzufügen. Und immer schauen, wie es vorher und nachher aussieht. Das heißt, wir klicken hier auf das Augensymbol und wir schauen, wie es vorher aussah mit Textur. Ein kleiner Unterschied sehen wir. Wir können es gerne auf 20 erhöhen. Wir können auch ein bisschen Klarheit reinbringen. Aber ich kann euch nur empfehlen, an diesen Parametern immer wenig bzw. sich heranzutasten. Man kann es immer noch am Ende, wenn es einem nicht gefallen hat, immer wieder ein bisschen verändern. Um das Ganze besser sehen zu können, zoome ich mal ein bisschen weiter rein. Und jetzt habe ich die Flexibilität, hier das Ganze besser erkennen zu können. Das ist fürs Erste in Ordnung. Das ist nicht der finale Abschluss. Aber fürs Erste ist das erstmal in Ordnung. Das können wir erstmal so lassen. Das Zweite, was ich gerne machen wollen würde, ist hier, ich würde die Zähne gerne etwas heller machen. Dazu gehe ich wieder auf die Maske und sage dann wieder hier Select People. Dann wieder Person 2. Und dann gehe ich hier auf Tees, also Zähne. Zack, wähle das hier aus und sage wieder Create Mask. Jetzt ist das Ganze ausgewählt. Wir sehen hier etwas Rotes. Das zeigt einfach nur an, was gerade maskiert ist. Mit der Taste O können wir das Ganze auch wieder ein- und ausschalten. Aber wenn wir zum Beispiel direkt hier an dem Regner ändern, geht auch die rote Maskierung wieder weg. Zack, weg ist sie. Also wir möchten jetzt nicht hier übertreiben. Das heißt, wir spielen ein bisschen hier an der Belichtung rum, aber nicht zu viel. Machen wir etwa hier einen 0,13 Wert. Dann gehen wir hier zu den Highlights. Erhöhen die leicht. Und wir holen ein bisschen Schatten raus. So und jetzt schauen wir mal erstmal, wie das Ganze hier wirkt. Ja, das wirkt schon viel, viel angenehmer und nicht too much. Ansonsten wirkt das Ganze leider, ja, bearbeitet und das wollen wir nämlich nicht. Wir können ein bisschen noch hier die Weißwerte anheben. Ich würde sagen, das passt eigentlich nicht so weit. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut so weit. Genau das Gleiche können wir auch bei der Braut machen. Und zwar, wir sagen jetzt wieder Select People und sagen Person 1 und wählen hier Tees aus. Und zack, die Werte, die wir angepasst haben, sind direkt auch hier bei der Braut auch angewandt worden. Zack und das passt so weit. Ich finde das ziemlich eigentlich originalgetreu bis jetzt. Als nächstes können wir die Augen etwas mehr zur Geltung bringen. Denn das machen wir auch über Select People, Person 2 und wählen hier einmal Eyesclairer und einmal Iris and Pupil. Pupil? Ne, Pupil. Also die Pupille auf Deutsch. Sorry für meine englische Aussprache. Sagen Create Mask. Und erhöhen hier auch leicht die Exposure, also die Belichtung. Beziehungsweise nein, das erhöhen wir hier nicht. Und zwar, wir heben ein bisschen den Kontrast an, die Highlights ein bisschen an, Schatten ein bisschen raus, Weiß ein bisschen rein. Ja, Weiß passt da sehr, sehr gut. Und wir erhöhen auch ein bisschen hier die Saturation, also die Farbsättigung. Machen wir auch nochmal ein bisschen rein. Und dann können wir direkt hier ein Vorher und ein Nachher uns mal anschauen, indem wir jetzt zum Beispiel hier auf das Augensymbol klicken. Da sehen wir, die Augen sind da hier einiges mehr zur Geltung. Als nächstes möchte ich ein bisschen mehr Textur in den Bart und in die Haare reinbringen. Da gehen wir wieder hier auf das Plus-Symbol und machen wieder eine weitere Maske. Und wählen hier die Gesichtsbehaarung und die Haare aus. Sagen Create Mask und machen das Ganze erstmal einen Ticken dunkler, machen mehr schwarz rein. Zack, und wir erhöhen hier den Texturwert. So, und ein bisschen mehr Clarity, aber nicht too much, meine Freunde. Schauen wir mal hier das Vorher und Nachher uns an. Ja, die Haare sind etwas schwarzer geworden und hier unten können wir auch sehen, dass da einiges an Textur im Haar und im Bart ist. Als nächstes möchte ich gerne das Gesicht des Bräutigams ein bisschen mehr Pepp, sage ich mal, reinbringen. Dazu auch wieder Select People, Person 2 und dann wählen wir hier das Gesicht aus und erhöhen hier erstmal etwas die Helligkeit. Nicht zu viel, wir machen ein bisschen mehr Kontrast rein. Wir erhöhen ein bisschen die Highlights. Schatten ein bisschen raus, dazu machen wir dann die Highlights ein bisschen raus. Ihr seht, ich habe es eben gerade angehoben, jetzt habe ich wieder gesenkt. Man muss immer wieder schauen. Und wir hauen ein bisschen Textur raus. Wir machen das mal ein bisschen größer. Also das wäre komplett ohne Textur und das wäre viel zu viel. Das ist die Mütze und wir hauen nur ein bisschen raus, damit das Gesicht ein bisschen softer aussieht. Ich schaue mal jetzt, wie das hier aussieht. Vorher und Nachher. Ja, das passt soweit, nicht too much. Und wir ergänzen jetzt noch, das habe ich nämlich vergessen, hier nochmal die Augenbrauen. Wir können das einen Ticken weißer machen, das Gesicht. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Vorher sah das so aus. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und aus meiner Sicht würde ich sogar sagen, das ist sogar etwas zu viel von der Textur raus. Wir machen das mal auf minus 10. Wir machen das Weiß wieder ein bisschen runter. Und wir heben hier, machen noch ein bisschen schwarz rein. Jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt sieht das Ganze, finde ich, originaler aus. Was uns erstmal auffällt, ist hier der Himmel. Und den würde ich auch jetzt gerne mal bearbeiten. Da sage ich Select Sky. Und jetzt haben wir nur den Himmel hier ausgewählt. Man sieht beim Himmel, wir haben da extrem viele Informationen verloren. Was wir machen können, ist erstmal, wir gehen hier ein bisschen mit der Belichtung runter. Nicht zu viel. Ansonsten, wenn ihr zu viel macht, seht ihr, das sieht dann natürlich jetzt total falsch aus. Wir haben da viel zu viele dann Schwarzwerte. Das heißt, wir klippen dann beim Schwarz. Deshalb würde ich sagen, wir machen das mal jetzt nicht zu viel. Machen wir das mal auf minus 1 erstmal. Und gehen bei den Highlights aber mal extrem runter. So. Und machen das Ganze hier bei den Curves weiter. Und dann, ihr seht hier, das sieht ein bisschen unnatürlich aus. Dann hebe ich hier die Exposure wieder ein bisschen an. So ungefähr. Jetzt haben wir einiges wieder zurückgewonnen. Wir dürfen nicht zu viel machen, sonst sieht das Ganze nicht echt aus. Und als nächstes möchte ich aber, dass der Himmel etwas blauer ist. Deswegen werde ich hier an den Temperaturregeln nochmal weiter in Richtung Blau drehen. Nicht zu viel. Ich glaube, minus 15 oder minus 16 passt soweit. Und hier an der Stelle würde ich das auch nochmal einen Ticken dunkler machen bei den Curves. Und dafür hier etwas wieder heller machen. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Ich glaube, das passt. Das sieht für mein Auge eigentlich jetzt ziemlich gut aus bis jetzt. Schaut mal den Vorher- und Nachunterschied. Erstmal so. Und dann hier der Unterschied. Also ein ziemlich großer Unterschied bis jetzt. Als nächstes würde ich bei der Braut gerne ihr Brautkleid ein bisschen anpassen. Dann sage ich auch Select People, Person, One und sage hier Closes. Und jetzt sehen wir hier, die Kopfbedeckung wurde nicht mit ausgewählt. Gar kein Problem. Was machen wir? Wir sagen Create Mask. Sagen hier Plus. Objects. Und wählen das hier dann manuell aus. Bei Objects erkennt dann Lightroom automatisch, welches markierte hier automatisch ausgewählt werden soll. Und wir sehen hier aber, Lightroom hat noch die Stier mitgenommen. Da sage ich hier Minus. Select People. Person, One. Und dann sage ich hier das Gesicht. Jetzt haben wir komplett das Brautkleid hier. Und ich würde jetzt hier an der Stelle die Highlights ein bisschen anheben. Ich würde die Schatten ein bisschen anheben hier an der Seite. Also in ungefähr Plus 30 Wert. Dann würde ich minimal hier Exposure runtergehen. Nicht zu viel. Ansonsten sieht es unnatürlich aus. Und hier ganz wenig dezent die Farben anheben. Und die Temperatur auch einen Ticken wärmer machen. Nicht zu viel. So, das ist eigentlich nicht so weit in Ordnung. Wir schauen uns das Feuer nachher an. Ja, es ist leicht etwas mehr belichtet. Aber das ist in Ordnung, weil wir möchten, dass das Ehepaar im Fokus ist hier im Bild. Deswegen ist das für mich eigentlich nicht so weit in Ordnung. Als nächstes möchte ich hier das Bild einen Ticken heller machen. Ein bisschen mehr Schatten rausnehmen. Aber das Ehepaar dabei nicht beeinflussen. Und auch nicht den Himmel. Also sage ich hier Create Mask. Und gehe auf Select Background. Dann sage ich hier Minus. Select Sky. Und das war es auch schon. Wir sehen hier, das Ehepaar ist nicht ausgewählt. Und der Himmel auch nicht. Also, ich sage hier ein bisschen mehr Belichtung rein. Nicht zu viel. Dann sage ich hier etwas weniger Highlights. Da haben wir trotzdem einen Ticken raus. Dafür sagen wir aber, ich möchte hier weniger Schatten. Also machen wir das Ganze einen Ticken heller. Nicht zu viel. Aber merkt euch eins. Wenn ihr an den Regler Shadows spielt. Ich glaube, das heißt auf Deutsch Tiefen. Dann kommt auch ein Ticken mehr Rauschen hinzu. Das ist ganz normal. Das ist überall so. Auch bei der Videografie ist so. Sobald du an den Schatten spielst. Also Tiefen spielst. Und die dann weiter rausnimmst. Dann kommt Rauschen. Nur damit du das schon mal gehört hast. Und ich möchte, dass es noch einen Ticken wärmer wird. Also sage ich, gehe ich nochmal hier weiter in den rechten Reglerbereich. Zack. Ich finde aber, dass das Gesicht der Braut einen Ticken zu dunkel ist. Ja, man vergleicht das mit dem Bräutigam. Deswegen sage ich hier Select People. Und dann wähle ich hier bei ihr ihr Gesicht aus. Und Buddieskin machen wir auch. Jetzt passt das soweit. Und ich mache das einen Ticken heller. Damit das ungefähr gleich ist wie das von dem Bräutigam. Und das sieht schon mal viel, viel besser aus. Wenn wir das vorher und nachher hier vergleichen. Als nächstes aber sehe ich hier, dass von dem Bräutigam die Hände auch ziemlich dunkel sind. Und wir hatten das Gesicht ja des Bräutigams auch heller gemacht. Das heißt, wir gehen dann. Wo ist das Ganze hier? An dieser Stelle. Da sieht man das hier auch. Die Werte sind angepasst. Da addieren wir einfach hier unter Select People. Person 2. Und dann sagen wir hier Body Skin. Und sehen aber hier, dass das Ganze bei der Braut auch ausgewählt ist. Aber kein Problem. Wir sagen erstmal Create Mask. Und sagen die Minus Brush. Klicken auf O. Und sagen dann hier, mit dem Brush machen wir das Ganze bei ihr hier weg. Das war es auch schon. Mehr müssen wir nicht machen. Und dann sehen wir hier, die Hände von dem Bräutigam passen jetzt auch soweit. Und als letztes, damit das Ganze noch mehr im Fokus ist, würde ich gerne hier einmal den Radial Gradient auswählen. Dann mache ich das Ganze mal hier so großzügig. Schiebe das mal hier so in die Mitte. Das passt eigentlich nicht so weit, indem ich das hier noch weiter vergrößere. Mache ich es ein bisschen großflächiger. Und möchte hier an der Stelle das Ganze einen Ticken heller machen. Etwas mehr Kontrast, ein bisschen mehr Farben heißt das an der Stelle auch. Highlights ein bisschen sinken. Und minimal noch vielleicht Shadows rausholen. Und dafür hier weiß weiter senken. Und schwarz teilweise hinzufügen. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze anschauen, vorher und nachher. Wie sieht es eigentlich aus? Also vorher links. Wir zoomen ein bisschen weiter rein. Und hier auch ein bisschen weiter rein. Da sehen wir hier an der Stelle fast gar keinen Schatten mehr. Alles rausgeholt. Aha. Seht mal, hier ist eine Spinne. Sehe ich gerade. Die können wir auch jetzt gleich weg machen. Ansonsten sieht das eigentlich aus meiner Sicht ganz, ganz gut aus. Wer auf diesem Grain-Look nicht steht, der kann den auch ganz komplett weg machen. Das können wir auch an der Stelle machen. Wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt auch im Anschluss. Also, erstmal machen wir die Spinne hier weg. Dazu gehen wir auf das Healing-Tool. Und markieren hier die Spinne. Und wählen dann danach hier, wenn das Ganze geladen ist, am besten hier weiter links. Das passt dann mit den Farben soweit. Und die Spinne ist jetzt weg. Das nächste wäre, wenn jemand sagt, hey, weil du eben so viel aus den Schatten gespielt hast, aus den Tiefen gespielt hast, möchte ich aber das Ganze softer haben. Dann gehen wir einfach hier runter und wir gehen hier auf die Noise. Und dann können wir hier einen Wert einstellen, wie viel wir, sage ich mal, das Ganze rauschfrei kriegen möchten. Merkt euch eins, je höher die Zahl ist, desto digitaler sieht das Bild aus, sage ich mal. Wir zoomen ein bisschen raus, obwohl das zu viel jetzt. Und wir sehen hier, so sieht das Ganze aus, wenn man jetzt woanders hingeht, wie es Out, Enhanced und Mit. Wir sagen mal Enhanced. Jetzt sind wir an der Stelle, dass das Bild eigentlich so gut wie rauscharm geworden ist. Man sieht einen wirklich sehr, 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 sehr großen Unterschied. Und das Bild ist aus meiner Sicht so für den Kunden reif. Wie gesagt, je nachdem, was ihr für einen Stil bevorzugt, wie das Ganze aussehen soll, ob das Ganze in einem anderen Touch sein soll, soll es schwarz-weiß sein, möchtet ihr andere Farben haben. Und das ist aus meiner Sicht eine Farbkorrektur des Bildes. Das heißt, das Ehepaar ist mehr im Fokus und es ist etwas farbenfröhlicher. Wir haben am Gesicht ein bisschen rumgespielt, ein bisschen sauberer gemacht und allgemein das ganze Bild etwas lebendiger gemacht. Und ich finde das Bild aus meiner Sicht eigentlich nicht vollkommen in Ordnung. Man könnte natürlich noch hier viel, viel mehr rausholen, aber als eine Standard-Color-Grading, Farbkorrektur, Kontrast, Farben, Belichtung, Tiefen und so weiter, finde ich das eigentlich aus meiner Sicht brauchbar. Also, wenn du Fragen hast oder Ideen hast oder sonst irgendwas, Kritik auch zum Beispiel natürlich, dann gerne in die Kommentare posten. Bis dann, macht's gut, euer Sero, ciao.